Jedes Jahr, bevor der Sommer in Heimgards Fjorden einkehrte, vollführte der Stammeshäuptling das Ritual der wiederkehrenden Sonne. Häuptling, das Feueropfer muss brennen, bevor die Sonne untergeht, sonst droht uns die ewige Finsternis. Soll vielleicht der Iva helfen? Wer macht das mit links? Das wär ja noch schöner. Mit der ewigen Finsternis ist es nicht zu spaßen. Lass mal Ruhe im Karton! Hiermit! Entzünde ich! Hiermit! Entzünde ich die Sonne neu! Selbst der Stärkste schafft es manchmal nicht allein. KISS, die Selbsthilfe-Kontaktstelle Stuttgart. Auf kiss-stuttgart.de findest du über 500 Stuttgarter Selbsthilfegruppen. Hallo. Ich bin der Olaf. aaom lebe! KISS, äh. KISS, ledts Marcel Unruhe und